Ahoi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video heute hier auf meinem Kanal und heute mal mit keinem News, sondern mit einem Thema und zwar heißt das ganze Carlos Coop. Und Carlos Coop ist nämlich mit Vivi in einer Gemeinschaft, beziehungsweise die beiden arbeiten zusammen. Dazu haben wir von Vivi und Ecomi zwar keinen Artikel gesehen, dafür aber von Carlos Coop. Und ich denke mal wir werden ja auf jeden Fall in Zukunft auch nochmal einige Artikel von denen sehen, aber es gibt noch ein paar Sachen, die auf jeden Fall das ganze bestätigen, dass die beiden auf jeden Fall zusammenarbeiten. Und heute soll es in dem Video über Carlos Coop gehen, nämlich was ist das ganze überhaupt und warum arbeiten die wahrscheinlich auch einfach zusammen und was haben sie auch gemeinsam und wo wollen die auch beide hin. Vieles mehr jetzt auf jeden Fall im Video. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Video euch gefällt. Würde mich auf jeden Fall sehr über eine Bewertung und ein Abo, vielleicht sogar auch über einen Kommentar freuen. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt rein in das Video. Viel Spaß und let's go. Als allererstes, wenn man hier sich erstmal auf der Twitter Seite von Carlos Coop einfindet, dann haben wir hier auf jeden Fall wirklich zwei Punkte, die auf jeden Fall in der Überschrift schon sehr darauf hindeuten, wo das Ganze hier mit Vivi und Carlos Coop hingehen kann, beziehungsweise auch wird. Denn hier steht Social Media Metaverse for NFT Collectors. Und ja, wir sind auf Vivi nichts anderes als NFT Collector. Und wir haben aber auch im Hintergrund zum Beispiel das Viviverse, was zum Beispiel momentan in Arbeit ist. Das denke ich, gibt überhaupt schon mal einen Eindruck, was überhaupt Carlos Coop mehr oder weniger so macht und was sie als Ziel haben. Und wir schauen uns jetzt mal an, was Carlos Coop denn eigentlich so wirklich ist und was sie wirklich wollen. Dafür habe ich hier diesen Artikel von Carlos Coop einmal rausgesucht. Werde ich euch auch unten nochmal alles verlinken, dass ihr euch das nochmal durchlesen könnt. Alle Angaben sind natürlich ohne Gewehr, mein Englisch ist nicht perfekt. Aber ich gebe mir Mühe, um euch hier wirklich keinen Quatsch zu erzählen. Als Überschrift haben wir hier Carlos Coop, mobile soziale Plattform zum Speichern und Anzeigen von ihren NFTs mit VR, AR und XR. Punkte, die hier auf jeden Fall sehr, sehr interessant sind, sind einmal NFTs, VR, XR und AR. Und kommen wir auf jeden Fall hier zu dem, was da drunter steht. Und zwar hier steht nämlich, Carlos Coop ist eine neue soziale Medienplattform, die darauf abzieht, digitale NFTs über mobile AR, VR und XR zu speichern, anzuzeigen und mit ihnen zu interagieren. Und hier haben wir auf jeden Fall wieder einige Dinge drin, die unter anderem ja schon auf Vivi zutreffen. Einmal das Interagieren, dann einmal das AR und irgendwann auch VR oder auch XR und dann einmal die NFTs, die sozusagen ja mehr oder weniger auf einer mobilen App verfügbar sind. Auf jeden Fall viele sehr wichtige Informationen, die wir auf jeden Fall schon rausnehmen können und wo man auf jeden Fall merkt, die haben mit Vivi schon etwas gemeinsam und die wollen mehr oder weniger schon so in der Richtung dasselbe haben irgendwann. Und Carlos Coop dient hier mehr oder weniger, so wie ich das jetzt verstehe, als Zwischenpartner mehr oder weniger, beziehungsweise als Partner, um sozusagen Sachen, was AR, XR und VR zum Beispiel angeht, zu verbessern. Aber zum Beispiel auch, was das Metaverse bzw. Viviverse dann irgendwann angeht, dort auf jeden Fall auch reichlich mitzuhelfen. Dann lesen wir uns mal durch, was hier überhaupt Carlos Coop ist, was ich hier schreibe. Und hier schreiben sie, die Mission von Carlos Coop ist es, die Lücke zwischen NFTs und Benutzern zu schließen, indem eine Plattform bereitgestellt wird, der Benutzer digitale 3D, VR, AR und XR Themen, Showrooms kaufen können und damit auch verdienen können, aber auch handeln können, die mit der Brieftasche eines Benutzers verbunden sind, während sie ihre NFTs in einem immersiven Raum platzieren können. Carlos Coop wird dies durch ein leidenschaftliches Team mehrere Investitionsrunden mit wichtigen Partnerschaften und wachsendes Markenportfolio erreichen, die alle in einer speziellen mobilen App enthalten sind. Die Vision von Carlos Coop ist es, den Go-to-Social-Hub für Benutzer innerhalb der Metaversen aufzubauen und zu entwickeln. Das heißt, wir haben hier mehr oder weniger den ersten offiziellen Partner anscheinend für das Viviverse, die sozusagen ein Go-to-Social-Hub mehr oder weniger dann wahrscheinlich auch im Viviverse einbauen werden, um den Benutzern halt wie gesagt in dem Metavers sozusagen dort unter anderem zu unterstützen. Was natürlich dort jetzt die konkrete Aufgabe von Carlos Coop im Viviverse sein kann, ist natürlich jetzt hier noch in den Sternen. Dazu werden wir wahrscheinlich auch erstmal nichts hören, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier eher darauf abzielt, mit dem Viviverse in einer Weise zu interagieren und nicht mit der Vivi-App. Und deswegen denke ich, auf jeden Fall haben wir hier mehr oder weniger den ersten offiziellen Partner, auf jeden Fall für das Viviverse. Dann schauen wir uns einfach mal hier ganz kurz das NFT-Wallet an. Und zwar ist das nämlich eigentlich einfach hier bei dieser App. Und zwar kann man hier einfach sein Meta-Mask-Wallet oder anderes Wallet connecten, darüber dann seine NFTs sozusagen dort raufholen. Dann kann man hier mehr oder weniger VR-Space-Portale öffnen, was eine super interessante Sache ist, finde ich. Wo man dann sozusagen wie durch ein schwarzes Loch gehen kann und dann sozusagen in eine andere Welt kommen kann und sozusagen in einen anderen Ausstellungsraum, was an sich eine sehr, sehr coole Idee ist. Was ich generell hier aber nochmal anmerken möchte, was ich sehr, sehr cool finde, ist, dass hier auf AR, VR und XR insgesamt gegangen wird. Und nicht nur auf eine Sache, sondern auf alle drei Formen mehr oder weniger von dieser digitalen Darstellung mehr oder weniger. Und finde ich auf jeden Fall super generell, auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante, coole Sache. Dann kommen wir aber hier zu einem sehr, sehr interessanten Teil und zwar nämlich mit den Social-Metaverse-Profilen. Und hier kommen wir mal dazu, was das Ganze hier heißt und zwar heißt das Ganze nämlich Carlos Kupp glaubt, dass es die wahre Essenz der Metaverse ist, einem Benutzer die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, um sich ausdrücken zu können und seine eigene Identität zu etablieren. Wir verbringen jetzt mehr Zeit damit, in der digitalen Welt zu leben. Daher möchten wir unsere Community ermöglichen, uns nicht nur ausdrücken, sondern auch an einer schnellen, wachsenden, digitalen Wirtschaft zu verdienen. Wir werden das Meta-Profil einführen, das Benutzer für Belohnungen einsetzen können. Das Meta-Profil fungiert sowohl als anpassbares Profil für einen Benutzer als auch als Möglichkeit, es Benutzern ihre Daten in einem Pool zu teilen und dafür passive Belohnungen zu verdienen. Das heißt mehr oder weniger, dass man dadurch passives Einkommen generieren kann. Und wir können uns ja einfach mal ganz kurz hier diese Showrooms anschauen. So sieht das Ganze zum Beispiel einmal aus und dann haben wir hier noch einmal ein AR-Video, so wie das aussieht, wo man sozusagen hier auch nochmal diesen Raum sieht. An sich auf jeden Fall eine sehr, sehr coole und interessante Sache. Klar ist da noch Luft nach oben, was zum Beispiel das Design und so weiter angeht, aber vom Prinzip her auf jeden Fall eine super interessante Sache. Kann man auf jeden Fall nicht meckern und ja, der CEO hat auf jeden Fall auch schon einiges hier an Erfahrung, was er mitbringt. Insgesamt ist er schon elf Jahre erfolgreich im Management sozusagen und hat dort auch seine Erfahrungen mit erfolgreichen Projekten gehabt. Seine Familie allein ist schon auf jeden Fall sehr erfolgreich gewesen, was zum Beispiel die Geschäfte und Firmen angeht. Und ja, daher bringt er das auch mehr oder weniger auch schon von Hause mit. Insgesamt hat er sich sehr viel mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Unter anderem war er zum Beispiel auch im Hanf-Business tätig und hat dort seine eigenen Firmen bzw. seine eigene Firma. Hat dadurch natürlich auch sehr viele Bekanntschaften gemacht mit vielen Leuten, die Kohle haben, die halt aber auch wiederum Kontakte haben, was natürlich für die Zukunft sehr, sehr positiv ist. Denn so hat man natürlich Investoren, aber natürlich auch ja einfach mehr oder weniger die Absicherung durch viele Leute, die einen dann dort auch kontaktmäßig weiterhelfen können. Zum Beispiel mit dem Verbinden von anderen Unternehmen, dass man da halt sozusagen einfach die Kontakte hat und die nutzen kann. Insgesamt auf jeden Fall wirklich auch ein sehr interessanter junger Mann, der wie man sieht hier auf jeden Fall noch nicht gerade alt ist. Und auf jeden Fall, wie gesagt, ein sehr interessanter Artikel, packe ich euch auf jeden Fall unten nochmal rein. Und dann schauen wir uns mal, wie weiter oben bei Kaloskop und zwar, was das Ganze jetzt hier überhaupt mit Vivi zu tun hat. Und wenn man sich hier mal diesen Post anschaut von Hello Kai, dann sieht man auf jeden Fall hier vier Männer. Als seiner erstes, wie ihr gerade schon gesehen habt, einmal hier der CEO sozusagen von Kaloskop. Und dann haben wir hier nämlich den Ecomi-Strategie-Advisor Venkatesh. Und ja, das Bild wird, denke ich mal, nicht nur irgendwie so aus Spaß gemacht werden, sondern sie zeigen ja auch Vivi. Okay, mit den Fingern sogar drauf. Alle hier mehr oder weniger aus dem Team, so außer er, der das Bild macht. Und das ist mehr oder weniger wirklich ein Zeichen, denke ich. Und ich denke, dass wir hier auf jeden Fall damit einen Tipp bekommen haben. Und sie schreiben hier auch, something big is coming. Und was Großes kann tatsächlich nur das Vivi-Verse sein, was jetzt noch kommen kann, meiner Meinung nach. Und damit ist das wahrscheinlich auch gemeint. Deswegen meine Theorie, wie eben auch schon, dass hier Kaloskop wirklich der erste Partner sozusagen für das Vivi-Verse ist, der hier mehr oder weniger offiziell gelauncht wurde. Schauen wir einfach mal weiter, was hier nämlich das mit dem Team noch auf sich hat. Wir haben hier als erstes natürlich den Kirk Allen, den CEO. Dann haben wir hier, wie gesagt, Ali Atacha. Und das ist nämlich der CEO. So sieht der gute Mann aus. Und dieser Mann hat tatsächlich auch schon einiges hinter sich. Insgesamt ist er ehemaliger CEO eines australischen börsennotierten Unternehmens. und der hat auf jeden Fall, wie gesagt, auf jeden Fall einiges an Erfahrungen und einer erfolgreichen Verkaufsbilanz aus einem vielfältigen Portfolio von Führungspositionen in der Technologie, Immobilien sowie Gesundheits- und Wellnessbranche in ganz Europa. Durch anerkannte Vertriebsleistungen hat er unschätzbare Verständnis für Dynamik, verschiedene globale Märkte gewonnen. Alis Erfahrung liegt hauptsächlich im Bereich Operate Health und Wellness. Mit über 20 Jahren Erfahrung wird eine völlig vielfältige Strategie zur Ergänzung des NFT-Bereiches beitragen. Ali bringt ein globales Netzwerk mit, das alle von der Vision von Kaloskop begeistert. Und auf jeden Fall großartig ergänzt für das ganze Team. Und das sieht man auf jeden Fall, wie gesagt, er bringt hier einiges an Erfahrungen mit, was extrem wichtig ist. Auf jeden Fall, wie man hier auch schon aussehen kann, für das Team und für das ganze Projekt. Auf jeden Fall bringt er einiges an Kontakten mit, was extrem wichtig ist in dieser Branche, die ja noch wächst. Und da sind halt einmal nun mal Kontakte Gold wert. Dann kommen wir hier zu Christian Calphoon, CTO. Und ja, der hat tatsächlich auch schon einiges hier an Erfahrung, was er mitbringt. Insgesamt ist Christian seit 2016 im Kryptobereich aktiv und hat sich im Laufe der Jahre einen beeindruckenden Ruf aufgebaut. Derzeit leitet er Beratungsunternehmen Colossal Bid, das Unternehmen beim Übergang zur Blockchain unterstützen, Kryptowährungsbasierte Lösungen integriert und maßgeschneiderte NFT-Lösungen in Dubai entwickelt. Er ist auch das CTO für ein weiteres Startup, und zwar Desex, das neben seiner Besessenheit von allen Blockchain-Lösungen KI-basierte Lösungen zur Bewertung von Schäden an Autos entwickelt. Zuvor hat Christian drei Jahre als Solution Engineer für Flughafeninfrastruktur bei CETA Information Technology sowie zwei Jahre als Maschinenbauingenieur im Design automatisierten, vernetzten Systemen. Also das heißt, er bringt hier auch wieder sehr, sehr viel an Erfahrung auch mit aus dem NFT-Bereich. Der NFT-Bereich ist natürlich auch nicht so lange am Start, aber immerhin bringt er hier fünf Jahre an Erfahrung mit, was auf jeden Fall schon ordentlich ist. Insgesamt hat er aber auch generell auf jeden Fall schon Erfahrung, was Unternehmen angeht. Zum Beispiel hier mit dem anderen Startup Desex hat er ja auch zum Beispiel Erfahrung. Also der Mann ist auf jeden Fall hier nicht am falschen Platz. Dann haben wir hier noch zum Beispiel Daniel Kim, Head of Digital Currency. Dann haben wir hier noch Rain Lee, Head of Support. Und dann haben wir hier noch Sherry Deverala. Und er ist tatsächlich auch recht interessant, denn er hat nämlich in der Unterhaltungsindustrie auch unter anderem gearbeitet und zusammen zum Beispiel mit weltberühmten Künstlern wie Jason Derulu, Tiger, Rihanna und sogar Prominenten wie Logan Paul, indem er ihre Veranstaltungen ausrichtet und über die Jahre sein Portfolio an Kontakten aufbaut. Und da haben wir natürlich schon wie bei Al Khan gemerkt, Kontakte sind hier auf jeden Fall beim Head of Partnerships beziehungsweise Head of Licensing extrem wichtig und machen hier wirklich einen sehr, sehr großen Punkt aus. Und Sherry ist ein Meister im globalen Sourcing und auch großer NFT-Sunders. Er ist stark in den Bereichen der digitalen Assets investiert und wird ein globales Unterhaltungsnetzwerk einbringen, um spannende Kollaborationen in Carlos Coop zu schaffen. Und ich finde das eigentlich auf jeden Fall, wie gesagt, sehr interessant, das Team ja auf jeden Fall auch am Start zu haben. Wirklich sehr, sehr interessante Charaktere dabei, wie zum Beispiel hier er, aber natürlich auch den Owner. Und ja, wie gesagt, ein sehr, sehr durchmischtes Team mit vielen Erfahrungen in den unterschiedlichen Bereichen, was denke ich auf jeden Fall hier nicht falsch ist. Dann kommen wir hier auf jeden Fall zu dem Artikel, wo ich auch letztens tatsächlich auch in einem Video darüber gesprochen habe. Und zwar, wie überhaupt Carlos Coop mit Vivi jetzt überhaupt zusammenarbeitet und wo jetzt das Ganze drin steht. Und hier steht es tatsächlich nämlich in der Ankündigung, dass Carlos Coop hier einen neuen strategischen Berater unter anderem begrüßt. Und der arbeitet unter anderem hier mit Vivi zusammen, einer digitalen Collectible App. Und ja, das ist auf jeden Fall wirklich ein sehr, sehr positives Signal. Und wie gesagt, auch nochmal eine Bestätigung dafür, dass hier Carlos Coop anscheinend mit Vivi zusammenarbeitet. Und ja, anscheinend das auch dann in Richtung Metaverse, Viviverse gehen wird. Und jetzt habe ich einen Artikel dabei für euch und der ist nochmal extrem interessant, denn der gibt uns nochmal hier einen Einblick in die Carlos Coop-Welt und was für Gründungsmitglieder wir hier eigentlich haben. Und das ist nämlich ziemlich interessant, denn wir haben hier tatsächlich Mitglieder dabei, die man tatsächlich schon von Vivi kennt. Wir haben hier einmal The Comic Raider bei Dozer und das ist der Community Manager. Hier steht zum Beispiel auch drin, dass er ja auch unter anderem einen erfolgreichen YouTube Channel hat. Über 3000 Abonnenten, 98er Videoaufmerksamkeitsrate, was extrem hoch ist, wenn ihr euch das mal vorstellt. 98% der Leute sind sozusagen an seinen Videos direkt dran und klicken nicht irgendwie nach 10 Sekunden weiter. Das ist schon sehr, sehr krass. Und insgesamt hat er auf jeden Fall eine große Community am Start und ja, deswegen wahrscheinlich auch für das Projekt sehr, sehr positiv. Anschließend haben wir dann hier unten Hera, Chief of Marketing Officer und ich persönlich kenne sie tatsächlich auch unter anderem von Twitter von Vivi und sie ist unter anderem jetzt hier auch mit drin bei Carlos Coop. Insgesamt ist sie wirklich hier in dem Fall beschrieben als die sehr gute Führungspersönlichkeit, hat schon einige Erfahrungen im ganzen Bereich über 10 Jahre hier insgesamt in der Veranstaltungsplanung und Marketing und der Überwachung allgemeiner Geschäftsstrategien. Das heißt, sie hat auf jeden Fall schon ziemlich viel Erfahrung, was sie hier mit zu Carlos Coop bringt, welches dann wahrscheinlich ja auch mit Vivi hier zusammenarbeiten wird und dementsprechend die Zusammenarbeit wahrscheinlich auch sehr, sehr gut laufen wird. Außerdem macht sie noch in ihrer Freizeit ein Content Management für einige der Top Influencer der NFT Community und das zeigt auf jeden Fall, Hera ist hier wirklich extrem engagiert, macht extrem viel, kennt schon auch wirklich sehr, sehr viel, setzt sich mit sehr, sehr vielen Leuten hier unter anderem in Verbindung, hat viele Kontakte und das ist auf jeden Fall in der NFT Community gar nicht so schlecht, denn wir haben es hier tatsächlich ja auch unter anderem dann bald mit NFTs zu tun bei Carlos Coop. Dann haben wir hier noch Athena und Athena tatsächlich kenne ich auch von Twitter von Vivi unter anderem und sie ist in dem Fall hier Projektmanagerin, hat schon 12 Jahre Erfahrung in der Buchhaltungs- und Finanzbranche und war schon bei einigen US-Behörden unter anderem, zum Beispiel beim Verteidigungsministerium, Drug Enforcement Administration und das Energieministerium. Also da war sie auf jeden Fall auch schon ordentlich unterwegs und ja insgesamt auf jeden Fall auch ein sehr, sehr interessanter Lebenslauf, den sie hier hatte, ist wie man sieht auch noch ziemlich jung, dementsprechend wahrscheinlich auch voller Energie hier für das Projekt. Dann haben wir hier Kai Mo und das ist nämlich der Chief Technology Innovation Officer und er hat hier auch eine sehr, sehr interessante Aufgabe und auch einen sehr interessanten Lebenslauf schon gehabt. Insgesamt ist er Software-Ingenieur in der Kreditbranche und konzentriert sich hauptsächlich auf API-Entwicklungen mit Begeisterung für AR und VR. Das heißt eigentlich perfekt das, was wir eigentlich unter anderem auch bei Vivi haben und er ist auch aktiver Ersteller von Inhalten und war zum Beispiel Botschafter für Unternehmen wie Ecomi und Neo. Und das zeigt auf jeden Fall hier, er war unter anderem schon bei Ecomi tätig, das heißt er hat auf jeden Fall schon mit zusammengearbeitet, was extrem positiv ist und das heißt sie haben hier mehr oder weniger auch direkt eine Connection zu Ecomi. Das heißt, wie auch schon am Anfang gesagt, die beiden arbeiten ja zusammen und das wird sich sehr wahrscheinlich auf das Vivi-Weres begrenzen und ist schon seit 2016 hier im Krypto-Bereich tätig und trägt dazu bei, dass Carlos Kup seine aufregenden Ideen in machbare technische Lösungen umführen kann und in dem Fall für Vivi. Anschließend haben wir dann hier unten noch John Change und das ist der leitende Entwickler und war schon Software-Ingenieur bei Amazon und hat dort auf jeden Fall Erfahrung mit dem Aufbau und Verteilen von skalierbaren Systemen in der Finanzindustrie und das ist auf jeden Fall auch wieder ein sehr, sehr positiver Punkt, der hier auf jeden Fall Vivi dann auch in die Karten spielen wird. Außerdem hat er hier umfassende Erfahrungen mit der Entwicklung von Smart Contracts auf Industrieniveau, was schon mal zeigt, okay, der hat nicht einfach mal so leichtes Schulwissen, sondern der weiß wirklich, was er dort macht. Insgesamt war er auch für den Finanzhandel und in der Architektur von Services auf AWS, das heißt Amazon Web Services. Insgesamt kann man auch sagen, jedenfalls auch wieder ein weiteres sehr, sehr interessantes Puzzleteil hier für das ganze Team. Der John hat hier wirklich auch einiges an Erfahrung, was er mitbringt. Insgesamt abschließend kann man auf jeden Fall hier zu diesem Team sagen, dass da sehr, sehr viele Junge dabei sind und das halt auch einfach extrem energievoll sich anhört und auch wahrscheinlich wird und für Vivi auf jeden Fall perfekt passen wird. Abschließend kann man sagen, dass Carlos Coop wahrscheinlich mit einer der besten Partner überhaupt für Vivi ist, denn es ist wie gesagt ja beides ein sehr, sehr junges Team mit ja auch sehr guten Erfahrungen im Blockchain-Bereich und auch allgemein im technischen Bereich, was hier auf jeden Fall sehr, sehr positiv für Carlos Coop ist. Generell denke ich auf jeden Fall, dass das eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit zwischen Carlos Coop und Vivi werden wird und dass wir hier auf jeden Fall, was das Ganze mit dem Viviverse und mit dem Showroom und was zum Beispiel AR, VR und so weiter angeht, auf jeden Fall einiges hier in Zusammenarbeit sehen können und hier wirklich sehr, sehr interessante neue AR-Features zum Beispiel auch sehen könnten, die wir zum Beispiel dann auch mit dem MCP- bzw. UMI-Utility-Programm bekommen können ab einem bestimmten Rank und da bin ich wirklich sehr gespannt, was für Features das dann sein werden. Ich würde auf jeden Fall mich freuen, wenn ihr mir mal eure Meinung unten in die Kommentare schreiben würdet, um einfach mal zu schauen, was ihr denn hier von dieser ganzen Kollabo haltet. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video war informativ für euch, hat euch irgendwie in einer Weise weitergeholfen und ansonsten lasst mir sehr gerne ein Like, ein Abo und sehr, sehr gerne einen Kommentar da. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Macht's gut und ciao, ciao!